hmmm ich sag das mal nicht mit dem cheater sondern eben mit die bahner parkraum oben und damit halbaderseits und willkommen zurück bei rainbow six siege wie ich mich denn hier aber noch vorken kratzer es wird nur noch marik dann freuen die sich im parkraum überhaupt gar nicht man müsste als angreifer die fenster von außen verstärken was man sichern kann als angreifer die fenster von außen verstärken wir müssen also jemand der vor der vorbereitungsphase losgeht und die dinge zumacht mit super panzerplatten da gegner dann musste die kaste nehmen den musste entführen das neue spielmodus und für den kaschler helfe macht sie nein ich war doch nur die ecke jetzt hier mit der blöde mozzi vorsicht ihr mozzi der hat mich um die ecke bekommen der blöde käfer ist um die ecke gesprungen der bereich ja das ist halt scheiße dass dahin gewandert nun wollte ich im bereich war bombe gefunden zu ihrer position und entschärfen sie lesionen mozzi ok lesionen können beide kameras habe ich das blöde ist die haben strom da platziert vorsicht da fliegt schon schüsse aus gelber ping schüsse soviel baller das macht die verstärkte wand ups scheiße sagt sie warum eigentlich das hat aber gebummst schärft da schon jemand jetzt ist jemand raus beim gelben pink glaube ich ne es war oben ok ich sehe dich fast luke geht auf ich glaube luke ging auf ja luke ist offen ist das eine kamera da hinten das blaue ne das ist die bombe ich habe ja gar nicht kamera frau ich stehe an meinem fenster da ist er ja Hilfe hat mich gesehen jetzt jagt er mich noch nach seinem tod noch nie machen flasche leer fast leer picker better burger king ich stelle steht auf das freut joke aber nicht plötzlich kameras matz frau matz frau hast du einen gesoffen man da ist du doch auch krass hier meine ich eindeutig zu warm ich mache die kackluke zu ich mache gleich das radio kaputt weil das hört man ja wieder durch die decke durch die offene luke bereit jemanden anzulegen und in diesem bereich ist ein avs aktiv 10 sekunden 10 sekunden neuer überklagung aktiviert ohne gehackt haben eine bombe lokalisiert verteidigung entspricht planen der gegner hat eine bombe lokalisiert der gegner hat eine bombe lokalisiert war das schriftgewerk da ist noch togepi oh da ist jemand unten bug ash das ist jen gewesen so wie es aussieht ist der mal drunter gefallen oder ist der hat er sich abgesäht egal ich habe noch eine wand ist hier irgendwas offen ja hier noch zwei kameras was pass auf ne wieso prallten die von dem ventilator auf die kamera kameras gibt es nicht ja es ist dabei das schwarze auf dem norden bei der anderen bomb oder es ist auch dabei aber dann ganz links ist auch noch okay nein ich habe darauf geschossen er bringt mich um sie es war es g36 kopfschuss zu viel cheater das gegner Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. So, jetzt gucke ich, ich packe Raum. Wir haben bestimmt Matzen. Piepmatzen? Nee, sind hier probierbar. Ah, nö. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oh, hier rennt schon jemand hinten. Äh, gar nicht. Gucke machen sie, glaube ich, auf. Oh. Hm, hm, ich muss schon da sein. Äh. Guck mal nach hinten. Abbiegen! Wow, das war knapp. Hm, 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 hm. Fünf Sekunden bis Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Oben hat einer aufgemacht. Oben Packraum? Okay. Unbekannter, unbekannter, der ist gut. Temit haben wir, das ist gut. Ja, und keinen Strom haben sie. Das ist noch besser. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Ich muss ja entschärfen, ich muss ja ran. Ja, gut. Hier ist bloß Pappet, das ist nicht gut. Und, alles sauber darin? Ein böses Auge ist hier links. Geh, geh, geh hinter links. Böses Auge ist hier, Vorsicht. Au. L-A-Kram, böses Auge schießt gleich. Ich hab's hier, gelber Ping, böse Auge im Blick. Kannst du bitte mal gucken, oder der Fuse, guck dich entschärf mal. Wenn das aufgeht, dann geht's auf. Mist, mein Kopf guckt raus. Gut, ich geh weit weg. Ich geh zur Tür links, wo die rausgehen können, bei der Garage links. Vorsicht, oben ist offen, gelber Ping. Ein Stockwerk höher. Könnte ja jemand... Ah, kacke, was... Warum geh ich denn so weit vor? Wo ist Fuse hin? Der ist ja ganz weggegangen, der Fuse. Mann, wo war denn Fuse jetzt? Der war eine Etage tiefer. Was ist mit seinem Arm los? Ja, wo ist Fuse? Ich bin tot. Mann, Mann, Mann. Hat Fuse jetzt umgebracht? Ja. Der war aber zwischendurch mal eine Etage tiefer, genau. Der kam ja auch. Komische Typ. Deswegen muss ich mich dann wieder dem Entschärfer nähern, obwohl ich eigentlich dahinten Wache halten wollte. Halt mal Wache. Ich halte die Matzen. Schmieder, Bika. Immer noch zu viert. Die Bomben schützen. Ich habe meine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Ich komme. Ich komme. Bringet Sie vier an. In diesem Bereich ist ein AVS-Aktiv. Schon aber aktiviert. Es bleiben noch zehn Sekunden. Neun überraschend. Nur noch fünf Sekunden. Ah, Zeit ist ja schon abgelaufen. Ich bin in der Wand über. Irgendwas mit LMG könnte der Kapitan sein. Oder Fuse. Herzschlagsensor aktiviert. Ich techne das Magazin. Ah, es klang aber glaube ich nicht wie Fuse. Das LMG. Echt? Macht bei mir glaube ich auf? Ne. Fuse oder was? Ne, weiß doch nicht wo. Es klang wie sehr nah, aber hat gar nicht rums gemacht. Okay, Tür. Die neben der Küche. Kommt ja bei dir wasch raus. Okay, da bist du. Was war schon. Moment. Ich gucke, ob ich da gucken kann. Ne. Dronne gerade bei der Bombe. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Also ich bin direkt bei B. Die ist erstmal sicher, solange ich nicht sterbe. Ja, Kapital ist da bei dir. Nein. Ach, schon wieder, Mensch. Wie kann die mich denn sehen? Ich habe... Mist, die Kamera durchfahrt, ist hinter mir. Jetzt bin ich wieder in der gleichen Stelle. Waffenraum, 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 kommt in die Kamera. Da kommt auch Ash. Mhm. Ich muss mal nachladen. Oder sterben. Ich habe sie noch getroffen, aber nicht mehr entscheidend. Jetzt wird ein Matschball. Fünfte Runde. Wie hast du die getroffen? Wem hilft vorher da noch? Aber die war doch schon an dir vorbei. War schon hinter dir. Nee. Oh, nee. Parkraum. Oh. Und auch noch Bombe. Warte, guck dir. Toll, auch noch zu viel. Da fehlen uns ja noch mehr Wände. Da draußen ist auch noch dunkel. Es ist noch beschissener für die Verteidiger. Ja, super. Die Bomben schützen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Start der Führung. Ja. Mist. Mit den Stössern der Fall. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Sie abseilen. Erleben Sie eine Überraschung. Zehn Sekunden. Störwende aktivieren. Fünf Sekunden. Willkommensmitte eingesehen. Hi. Marki. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Stössender gestärkt. Komm, komm, komm. Wieso nimmt er den jetzt nicht? Ja. Gott, hier ist offen. Ich kriege schon Schüsse ab. Achtung hinter dir. Nee, das ist Herzschlag, Mann. Ach du Kacke. Das geht sowas in die Hose. Hier ist schon alles offen. Praktisch. Ach du Kacke. Ich mach noch mehr auf. Toll. Liegen ist grad gut. Warten hat man nicht getroffen. Au, es brennt. Auerheiß. Mission gescheitert. Eigenschaften neutralisiert. Wie klappt heute aber auch nicht? Hm. Nein. Wenn Ubisoft wenigstens erkennen würde, die sind zu viert. Die können den Parkraum und darunter eh nicht gut verteidigen, weil sie eben nur noch zu viert sind. Dann geben wir denen den doch nicht. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Und da. Tschüss. Und da.